Hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft auf diesem Kanal, jeden Tag 18 Uhr. Und letzte Folge habe ich ein bisschen Holz gesammelt, ein bisschen mit Monstern gekämpft und jetzt hier gerade zum Schluss der letzten Folge hier das ein bisschen gebaut. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich das vielleicht doch eins höher mache. Das weiß ich noch nicht ganz genau. Aber sieht doch schon mal ziemlich cool aus. Ich würde auf jeden Fall das hier ändern, dass du sozusagen nach vorne guckst. Und die hier würde ich auch ändern. So, genau. Mal gucken, wie das ausschaut. Ich habe mich jetzt ein bisschen orientiert an dem anderen Haus da, was ich gesehen hatte, aber auch nicht alles. Es ist jetzt ein bisschen größer hier, die Lücke. Vielleicht verschiebe ich das doch alles. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Naja, ich kann es nicht verschieben, weil es dann asymmetrisch ist. Okay, also hier kann ich dann langsam auch die Fenster hinbauen. Aber ich würde auf jeden Fall versuchen, jetzt auf die zweite Ebene aufzustocken. Und das hier wollte ich gerne auch machen. Ich glaube, so. Wir sind die Ritter des Rechts. Bevor ich die jetzt hier zu Ende baue, würde ich die zweite Ebene erst mal anfangen, weil ich wissen will, wie hoch die sein soll. Deswegen. Drei, vier. Hier sind wir mit zwei. Wir wollen aber drei haben. Das heißt, das auf jeden Fall noch voll bauen. Und dann können wir mit der nächsten Ebene anfangen. Das heißt, eins höher. Und die Ebene können wir setzen. Ja. Genau. Das heißt, so. Das ist dann die nächste Ebene. Damit wir hier drei Platz haben. Und damit dieser Hochbaut hier nicht so eng wirkt. Und da muss noch irgendwie eine Treppe innerhalb dem Haus sein, wenn ich überhaupt auf die zweite Ebene komme. Oder das kann man von der anderen Seite machen oder so. So, ich hoffe, ich schaffe die zweite Folge jetzt noch, weil ich nur noch elf Minuten Zeit habe ungefähr. Also es könnte sein, dass ich einfach einen schnellen Cut setze und dann würde ich halt die Folge morgen oder so fortsetzen. Dann werdet ihr wieder nicht merken, aber... Die Frage ist, ob ich jetzt eins runtergehe oder ob ich die Etagen, die obere Etage gleich hoch haben will. Das ist jetzt die Frage. Achso, das ist ja schon. Weil dann ist das vier. Das sind vier hier. Dann ist das vier hoch. Das wird sehr hoch, auf jeden Fall. Aber das ist okay. 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 So, und dann gucke ich auf jeden Fall, dass das alles von außen schön aussieht, aber natürlich müssen wir erst mal die Base so bauen an sich. Ich würde hier auch gleich Fackeln hinsetzen, auch wenn der Gamma-Wert hoch ist. Aber, also wenn ich überhaupt Kohle habe, doch hier elf Kohle im Inventar, dann wird das keine Monster spawnen im Haus, während ich jetzt hier gemütlich baue. Ähm, deswegen würde ich die jetzt einfach hier hässlich hinsetzen. Und dann machen wir das später noch hübsch. So. Sollte genug sein erst mal. Vielleicht noch hier hinten was. Und die Wand, die sieht irgendwie aus, als wäre die dunkel. Okay. Ähm, dann... Ich würde so gerne dieses Bild von dem Haus nochmal raussuchen. Das wäre irgendwie wichtig jetzt. Ähm, ich würde gerne mein Bein nur irgendwo raufstehen. Das ist so halb gemütlich, halb ungemütlich. Nein, du fällst nicht um. Das ist seit gestern schon dreimal umgefallen, das CD-Regal. Ja, dann mach ich das nicht. Ist auch okay. Okay. Ähm. Okay, wir müssen das jetzt hier noch nach vorne ziehen. Ja. Ich weiß noch nicht, wo ich das... Äh. Wie ich das machen will. Man wird das ja eigentlich auch nicht sehen. Dadurch, dass da noch ein Dach irgendwie raufkommt, glaube ich. Ich weiß das nicht genau. Ich weiß noch nicht, wo ich das mal so... Ich weiß noch nicht genau. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Monster. Sehr groß. Wir können auf jeden Fall gucken, dass wir hier noch ein bisschen nach vorne gehen. dass wir den Garten dann komplett da hinten nur hin machen. Nee. Dann würde ich das... Dann würde ich das... So machen. Irgendwie so. Ich weiß gerade nicht. Ich will diesen Post raussuchen. Wo ist gerade mein Handy? Ich muss mal kurz checken. Ich weiß halt nicht, wie Pinterest funktioniert. So, weil ich hab's nicht benutzt. Ich hab's mir vor zwei Wochen, äh, oder drei Wochen oder einem Monat installiert wegen, äh... ...wegen einer Freundin. Aber... Ansonsten hab ich's nicht benutzt. Ich hab's nicht benutzt. Ich hab auf Merken gedrückt. Hier ist was. Aber das ist nicht das. Ah, hier ist aber eine coole Inneneinrichtung. Aber das ist aber nicht Minecraft, oder? Hm. Hier ist jetzt nur irgendwie sowas hier. Aber das will ich nicht. Tippe, um diesen Pin für später aufzuheben. Okay, wo landet der? Ich hab auf Merken gedrückt. Wo landet der? Pinwendel. Nutzer. Besonders beliebt. Frisurentrends 2020 kurz. Ist das von mir? Du hast hier noch keine D gemerkt. Hä, aber ich hab doch aufgedrückt. How she built a modern... ...Minecraft-Haus. Ansonsten könnte ich auch das von dem Haus hier benutzen, die Verzierung. Sieht auch ganz cool aus. Oder das? Boah, das sieht ja noch cooler aus. Äh, ich zeig's euch mal. Ah, das ist, glaub ich, sogar von demselben Macher. Könnte ich da mal durchchecken. Aber das sieht halt dem sehr ähnlich. Dann könnte ich da auch dran arbeiten. Besuchen. Ach, das ist jetzt ein YouTube-Video? Zehn Kommentare. Ich weiß nicht, wo... ...wo das hin ist. Ihr könnt mir leider auch keine Tipps geben, weil ich das so krass vorproduziere. Ähm, ja, ja, was soll's. Ich kann ja auch ein bisschen mit meiner eigenen. ...Fantasie bauen. Aber ich war in Minecraft nie gut, irgendwelche Häuser zu bauen. Das ist einfach was anderes als in der Realität, so. Sieht halt momentan doof aus. Also wissen wir auf jeden Fall schon mal, wie hoch wir bauen wollen. Das ist das Gute. Ach, jetzt hab ich so was gar nicht. Ich brauch solche Slabs. So Halb... Half-Steps. Damit ich das machen kann, was... ...voran ich mich noch erinnern kann von dem... ...Ding. Ach, wir haben ja noch hier. Das hab ich jetzt gar nicht gesehen. So, ein paar mehr. Kann man ja irgendwie immer brauchen. Das ist ein bisschen hoch, oder? Wobei, eigentlich würde das auch witzig aussehen. Aber so hoch will ich das eigentlich nicht bauen, das Haus. Ich glaub, da kann ich denn oben drauf eventuell nichts bauen. Wird ich ja sehen. Hm. Okay, so hab ich mir das irgendwie gemerkt von da. Aber das... ...sieht jetzt nicht so aus, wie es aussah. Lassen wir das... ...machen wir das mal so. Irgendwie. Aber das war hier alles nicht. Das mach ich auf jeden Fall weg. Weiß ich nicht genau, wie das... ...geklappt hat, oder so. Ich trinke noch mal ein Schlückchen. Hm. Hm. Ich hab ja schon 22 Level. Mensch. Aber ich sollte auf jeden Fall mal eine Kiste machen noch. Weil ich hab... Dann würde ich jetzt das Holz benutzen dafür. Gut. Mach ich nicht eine Kiste. ...sondern 8. Können wir hier ja... ...das Kistenlager machen, oder so. Keine Ahnung. Irgendwie so. Das wär doch interessant. Da kommt noch guter Platz. Da ist so ein bisschen zum Schlafen. Vielleicht Essen. Irgendwie so. Ähm. So. Ich weiß, ich brauchte den ganzen Stuff eigentlich zum Bauen, aber... So. Zum Sortieren kann man das da jetzt eigentlich auch mal alles reinmachen. Das Meister brauche ich nicht. Das Schwert nehme ich aber. Das war auch nur ein Steinschwert. Ich dachte, das wäre ein Eisenschwert, welches der Zombie gedroppt hatte. Krass. Achso. Jetzt ist Nacht. Auf jeden Fall. Kurz schlafi, schlafi machi. Ich versuche auf jeden Fall, für die nächste Folge diesen Post zu finden. Ich habe jetzt zweimal in der Folge, glaube ich, danach gesucht. Das ist auf jeden Fall doof. So. Die Frage ist, wo baue ich die Treppe hin? Oder eine Leiter? Eine Leiter will halt Platz sparen da sein. Das ist dann die Frage, ob ich eine Leiter baue. Nehme ich auf jeden Fall mir wieder das Holz. Ja, wie gesagt, es kann jetzt sein, dass ich jederzeit einfacher aufhöre und einen Cut mache. Und dann morgen halt weitermache, weil ich glaube, da ist jemand im Hausflur. So. Okay. Okay, bye. Okay, Leute, nachdem ich die Folge gestern kurzfristig abbrechen musste, geht es jetzt hier weiter. Ich bin jetzt hier schon wieder drin. Okay, also ich bin gerade am Schneiden des Videos und leider ist mir die Facecam-Datei irgendwie entfallen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Aber ich habe sie jetzt eine halbe Stunde lang bestimmt gesucht oder so. Aber ja, die Facecam wird dann, denke ich, die nächste, beziehungsweise übernächste Folge wieder da sein. Das werdet ihr dann sehen. Aber ja, ich wünsche euch jetzt trotzdem viel Spaß mit dem Video. Und dann müssen wir jetzt, glaube ich, noch so zehn Minuten oder irgendwas aufnehmen. Ich weiß nicht, wie lange die Folge gestern noch war. Aber ja, wir haben jetzt hier schon ein paar Dinger gesetzt. Und dann würde ich jetzt hier einfach, weiß ich nicht, wieder drei hoch oder so. Das heißt, ich müsste noch eins hochgehen. So. Das heißt, wir gehen jetzt eins, zwei. Ja. Hi, was meinst du? Und meine Katze ist gerade hier. Und liegt sich genau dahin, wo mein Maus-Pad ist. Eins, zwei, drei. Sehr schön. Eins, eins, zwei, drei. Was meinst du, Süße, hä? Oh, die ist niedlich. Sehr süß. Aber ist okay. Das kriege ich schon hin. Gaming und Katze streicheln. Solange ich sie schon habe. Hä? Willst du wieder runter? Soll ich dir helfen? Na komm. Juh? Ja. Okay. Wir haben jetzt die äußeren Dinger gebaut. Da würde ich auf jeden Fall irgendwas machen, damit es cooler aussieht. Würde ich das hier wegnehmen. Vielleicht, dass man überall das hin macht. Weiß ich nicht. Das heißt aber auch, ich müsste hier das wegnehmen, denke ich. Gucken wir mal. Checken wir von außen ab, wie das aussieht. Kürzchen. Okay. Dann würde ich jetzt hier ein hinlegen. Und ich weiß nicht. Es gibt ja eigentlich eher kürzere Baumstämme. Ah! Wie soll ich das jetzt machen? Ich hätte jetzt noch nicht wegbauen sollen. Okay. 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 Haben wir nicht genug. But that's alright. Okay. Okay, das sieht ja mal richtig weird aus von der Seite. Aber ist ja okay. Ich muss erst mal gucken, wie ich das alles machen will. Ich werde mir auch noch andere Bilder angucken. Ich habe leider... Also bei dem Bild of Pinterest gibt es ja auch keine Rückseite oder sowas. Katzenhaar. Katzenhaar. Ja, deswegen. Müssen wir mal gucken, wie ich das jetzt alles machen will. Also ich brauche auf jeden Fall einen Balkon. Das heißt, ich würde mal das ganze Holz hier wieder mitnehmen. Holz. 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 So. Ich muss gerade gucken, wann ich das jetzt hier wieder gestartet habe. Ich glaube, bei drei Minuten. Das heißt, wir nehmen jetzt zwei Minuten bisher auf. Ähm. Oben würde ich dann keinen Stein machen. Aber ich glaube, einfach normale Planks. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das jetzt machen will. Dass es auch gut aussieht. Sehr schön. Okay. Ja, das sieht doch schon mal ganz okay aus. Ich gehe einfach mal hier jetzt komplett rum mit denen. Einfach um zu gucken, wie es ausschaut. Und wenn es mir jetzt im Nachhinein nicht gefällt, dann haue ich das auch wieder weg. Aber wir müssen auf jeden Fall dann noch hier irgendwie hochgehen mit den Steinzäunen haben wir dem Inventer. Sehr gut. So, dann machen wir das hier weg. Verbindet sich hier natürlich jetzt nicht mit dem Zaun. Aber ich denke erst mal okay. Ich gucke mal, wie das jetzt ausschaut. Ich weiß nicht, wie die das auf Pinterest gemacht haben. Das hat so ineinander, ähm, vielleicht sind es Stairs. Ich weiß nicht genau, wie die das gemacht haben. Das sieht halt ganz cool aus. Sieht halt jetzt mittlerweile schon ziemlich anders aus. Ähm, ich würde mal hier jetzt zum Beispiel so machen. Sieht jetzt erstmal doof aus. Ähm, hier ist irgendwie Lava unter meinem Haus, oder? Was zum Hänker ist das? Ihr hört die Lava, oder? Äh, so. Ich weiß nicht. Das sieht bisher irgendwie sehr komisch aus. Das gefällt mir absolut gar nicht. Aber da gucke ich mir auf jeden Fall noch Bilder an. Zwischen den Folgen. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, dass ich, äh, mal ein bisschen ernte hier. Weil die Sachen jetzt schon ziemlich krass gewachsen sind alle. Die haben auch den Sound-Effekt geändert. Das klang vorher anders. Der war nerviger. Jetzt ist der irgendwie entspannter. Glaube ich. Vielleicht, äh, bild ich es mir jetzt auch gut nur ein. Komisch, dass alle gewachsen sind, außer dieser eine Strang jetzt gerade. Hm. Weird. Naja. Gut. Äh. Ohne, ohne, äh, Dings ist das doof. Die zu ernten. Die. Ähm. Pumpkin. Keine Ahnung. Kürb, Kürbis heißt das auf Deutsch. Äh, so. Deswegen lasse ich es jetzt erstmal. Okay. Okay. Ah, ja, die Möhren verstecken sich noch hinten. Hätte ich vielleicht doch noch eine, ähm, eins mitnehmen sollen. Dann hätte ich hier noch das erweitern können. Weil hier noch gut Wasser ist. Ah ja, ich werde auf jeden Fall alles, so Farmanlage und sowas will ich auf jeden Fall auch bauen. Ah, ich habe eine Unreife geerntet. Äh? Okay. Dann ist hier noch Platz. Hm. Ja, ja, wenn da noch Platz ist, dann pflanzen wir das hier einfach. Und hier scheint nichts passiert zu sein. Hier auch nicht. So, dann können wir den Rest auf jeden Fall, äh, in das Haus reinpacken, in die Kisten. Ähm. Hier würde ich jetzt auch noch Treppen hinpacken. Das können wir noch schöner machen alles. Aber erst mal so. Äh. Hat das nicht gerade erst ausgesät? Keine Ahnung. Okay, das war voll. Nein. Ich will nur mal abchecken. So viel wie möglich reintun. Ähm. Und das hier rein. Dann würde ich mal das Essen hier wieder mitnehmen. So. Ich glaube, ich gehe mal, also erst mal schlafen und dann gehe ich mal das Feld ausleuchten, dass nichts bei uns spawnt in der Nähe. Dass wir hier in Ruhe bauen können. Auch nachts und so. Deswegen einfach mal. Guck mal, wie viel da hinten spawnt. Hier ist vielleicht nicht so. Aber, äh, werde ich auf jeden Fall. Das werde ich alles mit, äh, Glowstone, wenn ich dann in die Hölle gehe, machen. Ach, natürlich. Ich habe das schon wieder vergessen. Komisch, dass der sich, dass der nicht einfach losgeht, wenn ich, äh, wenn ich den sozusagen mit Feuer anzünde. So. Sieht doch wunderhübsch aus. Das Loch mag ich. Ich würde jetzt mal kurz die Schafe und Kühe mit Weizen füttern. Müssten wir jetzt, ja, guck mal. Das ist auf jeden Fall erstmal ausreichend. Und ich würde auf jeden Fall mal ein paar Chickens rüberholen. Aber erstmal die Kühe fortpflanzen. Und die Schafe. So, komm mal her. Uh, da war noch ein bisschen Erde, oder? Ich habe doch gerade was aufgesammelt. So. Hi. So, du. Und du, komm her. Komm her. Ja. Gut. Haben wir noch ein Schaf hier? Nee. Okay. Aber das Chicken. Ich will auf jeden Fall noch eins mehr haben. Ich will noch einen Chicken mehr haben. Zum fortpflanzen. Ich dachte, ich komme nicht rüber. Das war so ein Lamer-Sprung. Wo waren denn die ganzen Tiere? Ich weiß das gerade nicht. Ah, ich habe doch auch schon Möhren. Ich bin so dumm. Ich hätte die Schweine auch schon mal drüber nehmen können. Aber Schweine sind wirklich nur für Fleisch. Die drucken ja nichts anderes, ne? Und fürs niedlich sein natürlich. So, komm mal mit. Ah, da hinten ist noch ein Huhn. Komm mal mit. Ja, super. Okay. Äh, so. Ich würde aber an dieser Stelle auch schon jetzt die Folge tatsächlich ableiten. Dann haben wir jetzt die komplette Folge aufgenommen. Ähm. Und dann bringe ich hier während der Abmoderation die Chickens noch zurück. Oh, da ist sogar noch ein drittes. Guck mal, das Ei sammeln wir doch noch auf. Und ja, wenn das Video euch gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Und ansonsten jeden Tag um 18 Uhr hier auf diesem Kanal. Und guckt in die Playlist rein. Und es würde mich supporten, wenn ihr mir ein Abo dalassen würdet. Es würde mich natürlich auch freuen. Ähm. Und ja. Also. Bis morgen, 18 Uhr. Ciao. Ciao. Ciao.